ja hallo leute ich grüße euch kurzen stopp gemacht für den akku in die kamera wie immer und jetzt geht es auch schon weiter ja keine ahnung eher in so ein rastro fehlenden name habe ich jetzt gerade nicht parat aber wir sind jetzt kurz vor frankfurt auf der a5 ich hatte das ja in dem vorherigen video gesagt dass ich hier jetzt zeige was jetzt so los ist aber ich muss sagen vielleicht hängt es auch mit dem schlechten wetter zusammen es hält sich jetzt noch in grenzen aber es gibt schon einige die auf reisen gehen man kann das erkennen an den autos an fahrrädern hinten drauf oder wohnmobile oder was das so mord ist an den kennzeichen ich meine klar das eine oder andere kann man firmenwagen sein aber ich denke mal schon so ein bisschen hat man ein auge dafür ja wir sind wie gesagt auf der rückfahrt nach hause von gar genau relativ späte ankunft heute 12 uhr 51 ich hatte echt stau stau walldorf das seit wochen das erste mal wieder aber es kann sein dass da ein kleiner unfall passiert ist davor auch ein krankenwagen rein gut gesehen habe ich nichts mehr es waren so 25 sechs minuten die mich das gekostet hat aber ich war ich schon ein bisschen spät dran hab halt mal mit so einem anderen fahrer von anderen firma gequatscht muss ja auch mal sein bisschen informationen austauschen wie es bei anderen so läuft und ja jetzt geht es quasi mit vollgas nach hause sehr wenig drauf knappe sechs tonnen also 5800 kilogramm um genau zu sein das ist wirklich sehr wenig deswegen geht es sehr zügig voran kann ich mir heute mal erlauben spritverbrauch 23,2 und ist noch sinkend heute fahren wir einfach mal zügig das heißt gut da wo es geht hier geht es ja auch noch hier sind vier sporen da verteilt sich alles ein bisschen ich würde fast sagen gestern war mehr los aber gut hier geht es ja auch noch hier sind vier sporen da verteilt sich alles ein bisschen aber nachher wenn es dann runter geht von den sporen spätestens nach obermöhrlen und so wo es dann zweispurig ist da wird man schon sehen was so los ist ach so ja ich habe gar nicht auf die ruhe guckt doch so 11 11 haben wir das video gestartet ja bis 12 müsste der akku durchhalten das fb iphones ja so wie ich von hause gehörte beide videos ja hochgeladen allerdings das eine das zweite natürlich sehr spät und ja ich bin ehrlich es ist bei mir schon ein bisschen der gedanke aufgekommen ob ja ob das nicht schon ein wenig überforderung ist vom zeitlichen her meine videos oder zumindest die dichte folge aber ich sage ja ich habe da nicht so den plan ich mache die videos so wie ich bock ab wenn viele videos kommen habe ich eben viel bock abend was zu machen man jetzt wie gesagt montag eins gestern zwei heute auch zwei aber es kann ja auch bei mir mal passieren dass ich ein paar tage nix mache obwohl der ist ja auf 100 nicht zu zu sehr übertreiben ach du ach du köln da stand irgendwas vom plus 13 minuten hinterm frankfurter kreuz das wäre natürlich echt sehr bescheiden mein gut wir haben ja zur not noch die ausweichmöglichkeit obwohl na wie gesagt bis jetzt nix habe ich Ja, das Wetter, das seht ihr ja, nach wie vor bescheiden. Das ist mir jetzt irgendwie schleierhaft. Köln, Wiesbaden, Via Westkreuz, Frankfurt. Ach, auf der 3, auf der 3 ist das. Alles klar. Ich wollte auch sagen, bei mir ist auch nichts zu sehen. Eigentlich freie Fahrt. Das ist ja lustig, der kleine Anhänger am LKW da. Ja, wir haben ja auch einen Anhänger zu Hause und der ist auch leider schmaler als das Auto und mir gefällt es überhaupt nicht, wenn man den Anhänger so gar nicht sieht. Außer man fährt jetzt mal in der Kurve oder was. Das ist irgendwie ein bisschen unschön. Also ich fände es eigentlich schöner wäre in der Fahrzeugbreite, aber ich konnte es mir nicht aussuchen. Wir haben den sehr günstig bekommen für 180 Euro. Also ich sage mal so, dieses Angebot ist an mich herangetragen worden. Ich wollte eigentlich, ich habe keinen Hänger gesucht, auch keinen unbedingt gebraucht. Ihr wisst ja, ich habe da die Renault Kangoo's, da kann man schon immer eine ganze Menge reinladen. Da braucht man also, ja, seltenen Hänger. Aber es gibt die Situation, wenn Sachen sehr lang sind oder sehr hoch irgendwie. Also wenn man jetzt, sagen wir mal so, Zaunelemente holen möchte, so 180 mal 180, da hat man gar keine Chance ohne Hänger. Ja, gut, ich, man kennt ja den einen oder anderen innerhalb des Dorfes. Da kann man auch schon mal jemanden auf den Hänger anhauen. Das ist jetzt nicht so toll. Ich hatte mir in der Vergangenheit eigentlich, da nehme ich mal den Anhänger meines Nachbarn ausgeliehen. Hatte mich auch mal ein bisschen beteiligt daran, dass der, ja, noch ein bisschen aufgemotzt worden ist. Also die Bordwende erhöht und so. Ich weiß noch, da habe ich damals meinem Nachbarn ein paar Materialien aus der Firma besorgt. Da war ich ja noch im Maschinenbau. Und, ja, dafür konnte ich mir den halt immer mal wieder ausleihen. Aber das ist ja so, die Unterhaltskosten für so einen Anhänger sind ja sehr, sehr gering. Alle zwei Jahre 30 Euro TÜV. Und ich glaube, Steuern und Versicherungen sind so, ich glaube, die Versicherung 12 Euro, also 40 Euro. Also es ist extrem so günstig, da brauchen wir nicht drüber reden. Und deswegen habe ich es damals gemacht. Gut, ich musste noch zwei neue Reifen kaufen, weil die waren zwar noch top im Profil, aber, ja, bestimmt schon 20 Jahre alt, voll porös. Und man will ja mit so einem Anhänger vielleicht auch mal was Schweres, vielleicht auch mal was sehr Schweres transportieren. Also so ein bisschen schwerer als eigentlich stadthaft. Und da sollten doch die Reifen fit sein, damit einem da keiner wegplatzt. Ja, und seitdem sind wir halt im Besitz von so einem Ding. Ja, gut sind die Wetteraussichten auch nicht. Morgen auch Regen, Regen, Regen. Gut, wenn ich jetzt nach Bremen muss, muss ich eh eine Stunde eher noch ins Bett. Nicht 18 Uhr, sondern gleich 17 Uhr. Mal schauen, aber ich werde es ja hören, was denn da viermal Sache ist. Och, echt, ja. Da ist aber auch einer hinter mir, da, der hätte es das gar nicht versuchen sollen. Ah, jetzt ist natürlich hier Asche. Ja, mach voran, ey. Mann, hier. Fahr zu, Junge. Fahr zu. Ah. Das allseits beliebte Überholverbot wieder hier in Frankfurt. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt kann ich sowieso rübergehen. In die richtige Spur. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der gleich auch noch nach links rüber will. Ich verstehe die Leute immer nicht. Die haben doch alle Navis. Manche von denen haben sogar drei Stück vorne hängen. Und trotzdem wird die Spur sehr spät erst gewechselt. Also das ist mir irgendwie schleierhaft. Ich bin sicher, dass der rüber will. Warten wir es mal ab. Oh, Fenster offen. Hauptsache frische Luft. Ja, jetzt guckt er. Jetzt guckt er in den Spiegel. Jetzt steht er da. Und willst du abbiegen? Willst du runterfahren oder was? Oder er will runterfahren, er will runterfahren. Kann ich mir nicht anders mehr vorstellen. Oder? Na ja, wir werden es ja sehen. Luxemburger hat er mal Gas gegeben. Ja, hat er Spaß gemacht, ey. Hat er, ich war ja schon 90, hat der Hund Gas gegeben. Und die Karre zog echt nochmal an. Ja gut, was weiß ich. Keine Drossel oder so. Ich weiß es nicht. Hat er auch gelacht. Habe ich vor Jahren mal erlebt. Da bin ich noch Blumen gefahren. Ach, vor zig Jahren. Als ich da immer nach Holland gefahren bin, die Blumen holen da mit so einem 7,5 Tonner und so einem riesen Tandem-Achs-Anhänger dahinter. Also gut, der fuhr schon seine 89 in der Ebene. Aber sobald er nur eine mickrige Steigung kam, war Essig. Er hatte ja gerade mal vielleicht 250 PS. Und da kann ich mich noch erinnern, in einer Nacht, ich bin gefahren, plötzlich neben mir ein Holländer mit so einem Scania, wie man die heute eigentlich gar nicht mehr sieht, so ein Scania-Hauber. Und fährt so einen Moment neben mir. Ich denke mal auch so bei 90 Sachen oder was. Auf einmal brüllt die Karre auf und dann konntest du mal gucken, wie der abzog. Also der hat bestimmt über 100 Sachen drauf gehabt. Dann hatte er auch Spaß, mich mal abzuziehen. Naja. Solange alle lachen dabei im Gesicht haben, ist ja alles gut. Ja, hier müssen wir wieder den Abstandshemomaten rausnehmen, sonst bremst er mir wieder voll ab wegen der Rechtsabbiegerei. Das ist immer diese Stelle hier. Da gibt es ja nichts. Zum Glück kennt man sie. Entschuldigt. Kleiner Gähnanfall. Entschuldigt. Ja, um nochmal drauf zurückzukommen mit der Überforderung. So ein bisschen bin ich auch drauf gekommen, weil der eine, der ja auch Kollege ist, also ein sehr junger Kollege, was ich sehr schön finde, dass der auch mal bei mir da reinschaut, gesagt hat, ja, dass er eben nicht so die Zeit hat, um sich da die langen Videos halt zu gönnen. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich bin da ehrlich. Ich meine, es kommt schon mal vor, dass ich mir auch ein Video anschaue, was recht lange dauert. Aber manchmal sage ich mir auch, nee, da habe ich jetzt keine Zeit mehr für und lasse es dann bleiben. Und das Lustige ist ja, meine Schwester schaut sich ja auch meine Videos an, aber grundsätzlich nur die vom privaten Bereich, also die zu tun haben mit, was weiß ich, Holzsägen, Pflanzen, Hunde, Bäume, Hühner, egal was, aber eben die Privatvideos, weil, ich kann es jetzt nicht so sagen, da müsste ich selber schauen, aber ich glaube, bei den Privatvideos, da gibt es keines, was länger als 15 Minuten geht. Sage ich jetzt einfach mal so. In der Regel sind sie sehr kurz, manchmal sind sie ja sogar nur 30 Sekunden lang, weil es nur halt so ein Gag ist, den ich mal zeigen möchte. Und sie schaut sich, wie gesagt, die LKW-Videos nicht an. Sie sagt, nee, das wird zu lange, da habe ich keine Zeit für. Oder auch, das finde ich natürlich schon ein bisschen hart, das sagt, ja, das ist mir zu langweilig. Nun ist das auch so, sie ist ja nicht umsonst meine Schwester, das heißt, das eine oder andere, was ich halt in so einem Video erzähle, ist eher als Geschichte auch durchaus bekannt. Und dann kommt da natürlich schon mal eher Langeweile auf. Ansonsten hoffe ich nur, dass ich so erzähle und dass die Geschichten auch so sind, dass sie eben nicht sterbenslangweilig sind. Ich meine, sicherlich kommt es immer darauf an, der eine sagt sich, oh nee, dass er mir jetzt da was erzählt, dass er da auf Harköhe in Düsseldorf gearbeitet hat, das interessiert mich jetzt mal gar nicht. Und der andere findet es schon interessant, das hat ja auch was mit den persönlichen Interessen, Geschmäckern und Vorlieben zu tun. Ich meine, andere würden hingehen und würden, ich habe ja jetzt über, deutlich über 300 Videos, glaube ich, eingestellt und da hätte der eine oder andere locker mal zwei bis drei Kanäle von gemacht, aber ich möchte das nicht. Ich, ja, das wäre mir dann zu viel Gewusel, denn jeder Kanal will ja auch ein bisschen gepflegt werden und so. No. Außerdem will ich ja gar nicht, dass das jetzt, deswegen heißt es ja auch nicht der LKW-Captain oder der Road-Captain oder irgendwie sowas. Deswegen heißt es nur der Captain. Der Captain heißt alles und nichts, auf gut Deutsch gesagt. das habe ich halt nur genommen, weil mir das gefallen hat, halt diesen in Anführungsstrichen Spitznamen, den man mir halt ihn gar genau verpasst hat und ich fand den jetzt gar nicht schlecht und deswegen habe ich den halt genommen und weil ich mir gesagt habe, der deutet weder auf das eine noch auf das andere hin. Ja, aber jetzt seht ihr, da wird es doch schon ein bisschen voller. No. Zwar, Entschuldigung, Mann, zwar noch nicht so voll wie vor Corona, aber voll genug, sag ich mal. Aber vom Navier gesehen sieht es sehr sauber aus, also keinerlei Störungen, keinerlei Behinderungen mehr. Eigentlich müssten wir gut durchkommen. Aber das Auto geht eh demnächst zur Wartung. vielleicht sogar Samstag könnte sogar gut sein und ich muss da noch meiner Firma fragen und denn hier kommt die Meldung Rücklichtgestört, Standlichtgestört und da müssen wir halt mal schauen. Kein Überholverbot mehr, sehr schön. Er macht jetzt auch noch mal Feuer. Ich glaube, da ist mir ein bisschen zu nah hier. Kackabstand. Ich denke mal, berghoch müsste ich ihn holen, so leicht wie wir sind. ein flotter Bruder. Die Steigung war leider nicht kräftig genug, um hier den Gewichtsvorteil auszuspielen. Ja, und berghoch hat er natürlich, wenn er höheres Gewicht hat, Vorteile halt. Naja. Aber kein Überholverbot mehr. Das ist doch schon mal was. Dieses Quietschen ist ja jetzt aber wirklich krass. Ach, da ist wieder Wohlverbot. Was ein Ärger, weil ich hätte ja gerne die hier noch mitgenommen, aber da vorne ist nämlich ein Wohnmobil mit Anhänger und Auto hinten drauf. Also der wird mit Sicherheit nicht so flott sein. Naja. Ja, was mir auch noch durch den Kopf gegangen ist, ist, dass wenn ich natürlich in Anführerstrichen so wenig Luft lasse zwischen den einzelnen Videos, dann ja, es ist ja zum Beispiel so, ich bin ja gestern nach Hause gekommen und dann habe ich die Kommentare auf das Video vom Montag gesehen. Und jetzt mache ich ja und das hat schon Vorteile, wenn man da ein paar Kommentare gelesen hat, kann da eventuell was zu sagen in einem Folgevideo und so. Und jetzt ist es ja so, ich mache jetzt hier dieses Video oder auch heute Morgen das Video und gut, ich habe jetzt von Hasi gehört, wieder ich glaube, drei Abonnenten mehr, 357 hat es ja glaube ich gesagt und ja, so, ich sage mal insgesamt knappe 200 Klicks oder was so in dem Dreh, vielleicht ein bisschen drunter, aber klar, sie sind ja beide relativ, also das eine ist so, ich sage mal 18.30 Uhr reingegangen und das andere also locker erst 21 Uhr oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall so spät, dass es natürlich da sich der eine oder andere das wirklich nicht mehr ziehen konnte. Aber gut, morgen ist ja ein verregneter freier Tag für viele, nicht für alle von uns, aber für viele und ja, da hat man ja dann ein bisschen Stoff, um sich die Zeit zu vertreiben. Ja, um noch mal darauf zurückzukommen, hier, so, Kennzeichen-Täsche, Offenbach, na, Kaiserslautern, das ist ja alles von da unten, also sprich, Offenbach, die fahren ja nicht nur just for fun hier, sondern, das ist ganz klar, ein gewisser Reiseverkehr ins lange Wochenende und ihr werdet's gleich sehen, es wird ja nach dem Abzweig auf die 45 wird's ja zweispurig, jetzt kommt ja erst mal hier die Baustelle Obermöhlen und so und da wird man sehen, wie voll es ist. Also, mir reicht's, mir reicht's. das ist auch, hab ich ja schon mehrfach gesagt, das ist das einzig Positive an dieser Corona-Scheiße, der doch etwas gemäßigterer Verkehr. Ja, klar, ist klar, ey, und das Ding geht hier, sowas von in die Eisen, hast du super hingekriegt, ey. Das ist aber der Grund, warum viele halt ohne Abstandstempomat fahren, du musst da schon alles ein bisschen im Auge haben und immer entsprechend auch schnell mal reagieren, weil sonst bremst das Ding auf einmal an einer Stelle, wo du den Karren gar nicht gebremst hast. Und das hier ist auch für mich, sorry, das ist einfach nur scheiße. Nein, ich meine, er weiß doch, dass er hier raus will, weil er hat das Kennzeichen gehabt, also Friedberg, der will hier raus. Ja, das ist natürlich blöde. Ah, dass er jetzt den nicht mehr genommen hat, aber gut. Ja, müssen wir uns ein bisschen, müssen wir warten bis nach der Baustelle. Hoppla. Hier vorne steht ja, oder stand zumindest, im Blitzanhänger. Keine Ahnung, ob er noch steht, nee, steht keiner mehr. Wir haben es schon wieder geändert. Wir haben es schon wieder geändert. Ja, Wiesbaden, Rüdesheim, gut, Berlin, die fahren nach Hause, okay, aber, doch, ich bin ja mal gespannt in thüringen also quasi nebenan bei uns ist ja ab samstag gibt es keine beschränkung mehr alles wieder in anführungsstrichen normal und ich habe schon zu meiner frau gesagt ist auch wenn das wetter schön ist dann werden wir wohl am sonntag mal mit dem motorrad nach eisenach überfahren da gibt es eine so eine große eisdiele wo wir immer gerne mal ein eis gegessen haben und ja ob das diesmal klappen wird weiß ich ja nicht weil mit beisessern tisch weil du hast da schon vor corona zeit nehmen wir mal auch moment warten müssen bis plätze freigeworgen sind weil es eben eine sehr beliebte hoch frequentierter stil ist und ja da da war es dann so wir waren ja dann oft nur zu zweit und dann konnte man ja immer mal fragen ob man sich da mit bei einem anderen paar an den tisch setzen konnte aber das so ist es natürlich jetzt nicht mehr drin und mit anderen worten das heißt viel weniger plätze stehen zur verfügung aber zur not machen wir so wie mit der wasserkuppe hinfahren gucken für nicht so gut befinden und wieder abhauen also ein bisschen wie freitags hier na gut es wird natürlich auch einige monteur geben die jetzt auch nach hause fahren dass das ist ganz klar wo freitags wohl nicht gearbeitet wird oder so man man so auf dem beifahrer sitzen so eine pflanze stehen die da ragen ihr die äste schon rüber auf die fahrerseite so mal schauen hier machen wir mal ein bisschen feuer die sind aber recht flott trotz wohnmobil gut wenn er schafft da wäre mit dem gesprungen sogar 100 fahren ach und das allseits beliebte überholverbot da ist klar ja nee ist klar der alte heimat essen euskirchen bei köln das ist schon so da ist schon ja und oft siehst du ja hinten wenn sie jetzt kannst du ja sehen dass urlaubsgepäck drin haben ich glaube auch für busse gilt das überholverbot oder machen über führung soll ich einfach mal eine blonde busfahrer hier britt da die ein und und ich ich Das ist günstig. Kein Überholverbot mehr. Dann kann ich ihn schön reinlassen und aber auch überholen. Jetzt muss man mal ein bisschen runter drosseln. Kraftfahrer deutschlandweit gesucht hat er auf dem Auto stehen gehabt. Das ist eine sehr große Bude. Ich bin ja Autotransporte gefahren. Allerdings hatte ich da am Anfang Renault Magnum und dann zwischenzeitlich mal einen älteren Renault. Und am Ende dann so ein Renault Premium. Auf jeden Fall einen normalen LKW mit Hochdach, wo du auch drin stehen kannst. Also so eine Karre da wie dort, wo die Autos noch über Kopf geladen werden, wo du überhaupt keine Stehhöhe hast. Das ist ja häufig bei denen der Fall. Die haben ja, da muss man mal drauf achten. Na gut, als Pkw-Fahrer kann man das nicht so gut realisieren. Aber wenn man da mal so schaut, bei denen in die Karre rein, ganz ganz viele, die mit dem Autotransporter durch die Gegend fahren, haben auf dem Beifahrersitz oder vor dem Beifahrersitz die Kühlbox stehen. Ja, warum? Weil die Autos so flach gebaut sind, ein Bett ist da schließlich auch noch drin, denn die übernachten ja da, dass kein Platz mehr für den Kühlschrank ist. Und deswegen müssen die dann da mit so einer Kühlbox da arbeiten, finde ich ja so. Muss ich ganz ehrlich sagen, shit, also da hätte ich keinen Bock drauf. Das fand ich ja, ja, das fällt mir gerade so ein, machen wir einfach mal ein bisschen Mischmasch noch. Schon jetzt einige Tage her habe ich mir ein Video vom Kollegen angesehen, ein Kollege, der so, ja, der macht eigentlich so Lkw-Tagebuch, also und zeigt auch viel, wie er halt mit dem Lkw arbeitet. Der hat halt, ich behaupte mal eine andere Art von Tätigkeit, der fährt nicht so viele Kilometer, wie ich sie jetzt fahre, sondern muss dann mehr auch immer mit dem Auto arbeiten. Nein, es geht darum, er hatte jetzt eine Zeit lang, hatte er einen Leihwagen, einen Volvo, eigentlich ein schönes Teil und so und er war da auch nicht unzufrieden mit. Aber es ist wohl so, dass die Firma sich da eine Art langfristigen Auftrag an Land gezogen hat und deswegen also, ja, wohl beschlossen hat, ein Fahrzeug zu kaufen, zu leasen, irgendwo. Auf jeden Fall nicht weiter eben mit diesem Miet-Lkw zu arbeiten und er hat dann so erzählt, dass er sich also aussuchen konnte, welches Fahrzeug denn jetzt genommen wird. Also ob, sagen wir mal, ein Volvo, ein Scania, ein MAN und er hat sich am Ende für den Mercedes entschieden. Obwohl er schon Mercedes hatte und zum Beispiel mit der Schaltung nicht ganz zufrieden war. Gut, ich sag mal so, die älteren Modelle, die haben schon mal das Problem, wenn du irgendwo ran fährst und aus einer höheren Geschwindigkeit relativ flott stoppst, dann brauchen die halt einen Moment, bis sie wieder den richtigen Gang gefunden haben. Aber das ist hier, kann ich euch nur sagen, also hier habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Nein, aber er hat gemeint, er hat den Mercedes genommen, auch mit dem, ja, mit diesem Hintergedanken an die Schaltung, aber er hätte eben gehört, das wäre jetzt so im Griff. Und warum er den auf jeden Fall genommen hat, ist, er sagt, für ihn ist das der Lkw mit dem besten Innenraumkonzept. Und da kann ich ihm nur zustimmen. Also ich persönlich empfinde das auch so, ich habe das ja schon mal erzählt, ich bin ja auch schon Scania gefahren und nicht so alt, sondern schon auch ein bisschen neueren. Daft gefahren, immer eng gefahren, gut, das waren dann ältere Fahrzeuge, jetzt so neun immer eng. Und ja, ich sag mal, bei keinem, also zumindest, es ist ja auch eine sehr subjektive Geschichte, also auch mir passt das hier im Daimler am besten. Also ich fühle mich hier von der Sitzposition und der Erreichbarkeit aller Dinge, also einfach wohl. Das ist so ein bisschen so wie bei meinem Motorrad. Ich habe mich da drauf gesetzt und ja, hatte gleich das Gefühl, so, jo, das passt so, so mit dem Ding zu verschmelzen, wie man so schön sagt. Die Motorenklinik. Ich meine, sicherlich ziehen die anderen nach und machen auch gute Sachen und so. Und, aber ich kann ihm, wie gesagt, nur zustimmen. Für mich ist es auch nach wie vor das beste Konzept. Ich meine, ich hatte das ja schon mal erzählt, also zum Beispiel eben mit dem Angeschrägten hier. Und wenn man mal schaut, es ist alles, jeder Schalter, den ich benötige, ist locker erreichbar. Da muss man nicht darüber greifen oder was. Und auch das Menü, also das Menü, ich finde es einfach nur geil. Ich bin mit dem Menü sehr, sehr schnell super gut klargekommen, ohne Buch und Anleitung. Einfach learning by doing und es ist wirklich so gut aufgebaut. Boah, jetzt wird es aber irgendwie übler hier. Mann, Mann, Mann. Richtiges Shitwetter. Shitwetter. So, jetzt müssen wir uns langsam hier rüber machen. So, jetzt müssen wir uns langsam hier rüber machen. Oh, was wimmerst du denn hier, ey, Mann. Ah, es kommt ganz klar irgendwo von der Längsäule, kannst du mir sagen, was du willst. Okay. So, jetzt muss ich... So, jetzt wird er schön warten, bis der Abbiegeassistent ausgeht. Ein Franzose, der macht auch hier Urlaub in Deutschland. Die anderen beiden auch, nicht gerade aus Osthessen. Ach, hier einer von denen mit dem, wie sagte jemand, der kommentiert hat so schön, die mit dem großen Haar. Und man konnte merken, dass er die nicht mag. Ich meine, gut, ich habe jetzt nichts persönlich gegen die, allerdings ist das so einer, der die Preise kaputt macht. Der stellt auch Fahrer ein, egal welche Nationalität, das ist dem so wurscht. Hauptsache, der kann LKW fahren. Wie, na wie ist ihm vielleicht auch nicht egal. Die haben immer hinten so ein Aufklebenhahnentür. Da kann man anrufen und sagen, ja, der und der Fahrer ist beschissen gefahren oder was. Ich habe keine Ahnung. Ja, eigentlich geht es doch. Ihr seid auch noch am Ball. Also, ich bin jetzt so ein bisschen überrascht. Da wollte ich euch zeigen, in Anführungsstrichen, wie voll das ist. Aber es geht eigentlich. Aber bis jetzt bin ich ja total zufrieden. Vielleicht sind sie gestern alle schon gefahren. Also gestern war voller. Na, aber ist ja gut so. Es wird kein schöner Hundegang heute, glaube ich. Mein, gestern habe ich noch Glück gehabt. Da hat es auch ein bisschen geregnet, als ich rausging. Und ich wollte auch erst gar nicht so lange gehen. Wie gesagt, bei so richtig schlechtem Wetter, da haben die Hunde dann auch nicht unbedingt immer den Bock. Speziell die Pinscher nicht, weil die ja kurzfällig sind. Und wenn die dann so jeden Tropfen auf der Haut spüren, dann mögen sie dann auch nicht. Nee, aber am Ende bin ich dann doch über vier Kilometer gelaufen. Ah, jetzt muss ich raus, ey. Ja, ich dachte, er zieht jetzt an hier, aber nix da. Muss ich bestimmt noch sortieren. Ah, jetzt. Gelber Hammer stand da oben. Da ist so eine... Was ist das denn jetzt, ey? Was soll das denn jetzt hier? Der macht jetzt, also, ich lasse es, glaube ich, drin. Der hat jetzt so ein bisschen Erziehung hier mit mir abgezogen. Ich wollte mich doch glatt ein bisschen ausbremsen, ey. Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wenn der sich da vor mich setzt und mich ausbremst, ich weiß nicht warum. Eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, seit der Corona-Scheiße habe ich das eigentlich die ganzen Wochen nicht ein einziges Mal mehr erlebt. Und selbst wenn man ein Überholverbot überholt hat, war da irgendwie, keine Ahnung. Erstmal ist ja viel weniger Verkehr gewesen und vielleicht auch viel weniger eilige Geschäftsleute unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, da ist mehr Toleranz. Die Leute haben sich gesagt, okay, komm, der macht hier einen Job. Ihr wisst ja, systemrelevanten Corona-Held und die ganze Scheiße. Und da lassen wir den jetzt mal überholen. Auch wenn er eigentlich nicht überholen darf und auch wenn er eigentlich nicht viel schneller ist. Komm, lass ihn überholen und gut ist. Und so eine Scheiße, also mit hier vorsetzen und dann bremsen, um mich, ja, sorry, ich weiß da kein anderes Wort für, um mich zu ficken. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, das hatte ich ja schon mal erzählt. Also so ein Ding hat ja schon mal jemand, aber das war eben ganz, ganz extrem. Das war ja nix hier. Aber es hat ja schon mal jemand, der war eben auch sauer, dass ich überholt habe. Und obwohl da war das mit dem Überholen absolut, also da war überholt erlaubt. Und ich bin auch vorbei und bin rechts rein. Ja, und er war wohl eilig. Er hatte schon die ganze Zeit immer so schräg versetzt hinter mir gehangen. Also man hatte fast das Gefühl, der will sich jetzt noch zwischen Beton und LKW durchquetschen. Und ich glaube, Lichthupe hat er auch gemacht. Auf jeden Fall, nachdem ich dann nach rechts gegangen bin, ist er ja auch vor mir nach rechts gegangen. Und er hat aber nicht wie er hier, was weiß ich, Gas weggenommen und auf 80 runter. Nö, der hat abgebremst. Das ist jetzt kein Scheiß. Der ging, wir sind über 80, also 85, 90 Sachen gefahren. Der ist voll runter auf, keine Ahnung, 50 oder so. Dass ich schon dachte, ey, gleich passiert hier irgendwas im rückwärtigen Verkehr. Und als ich dann die gleiche Aktion gemacht habe wie jetzt, also nach links rüber, weil ich natürlich diesen Abstand, also das war ja, genau, der hat, nein, der hat noch weiter, der ist, der hat so stark abgebremst. Und mit so einer knappen Distanz, dass hier der Notbremsassistent schon angesprochen hat. Also der macht ja dann immer Teilbremsung, rotes Warnsignal. Und ich bin dann nach links, weil wie gesagt, der Abstand war ja scheiße knapp, er ist ja direkt vor mir rein. Und da ist er dann wieder nach links und habe mich wieder ausgebremst. Und dann bin ich schnell nach rechts, weil ich habe keinen Bock auf sowas. Ich habe keinen Bock hier, ich meine, es ist ja hier kein Spielplatz oder hier keine Arena oder was ich, mein Gut, es gibt einige, ich sage immer, das Krieg auf der Straße. Nein, ist nicht, ist Quatsch, ist Blödsinn. Es ist viel los und es gibt einen ganzen Teil, die haben zwar einen Führerschein, aber sorry, wenn ich das sage, die verstehen nicht so viel vom Autofahren. Also die können gerade eben sich reinsetzen und das Ding von A nach B bringen, mehr nicht. Und die denken auch einfach nicht mit, sind vielleicht auch zu sehr mit anderen Sachen beschäftigt, Smartphone, Mitfahrer, keine Ahnung. Es ist, ich meine, es ist klar, wenn man jetzt eben viel fährt, so wie unser 1, da hast du einen ganz anderen Check. Du schaust anders, du denkst anders, du siehst da vorne, da geht einer drauf, dann überlegst du schon, guckst schon nach hinten, was kommt von hinten, wie mache ich das, ziehe ich raus oder gehe ich vom Gas oder was ich. Auf jeden Fall, da gibt es eben eine Menge, die da halt nicht so, naja, nicht so fit sind. Und ja, da hat er mich da, wie gesagt, dreimal hat er mich so brutal, also ich empfand es schon als brutal ausgebremst. Also ich fand es auch gefährdend, dass ich mir wirklich mal in diesem Ausnahmefall die Zeit genommen habe und bin dann hinterher zur Autobahnpolizei gefahren und habe denjenigen auch angezeigt. Ich meine, es war klar, da ich ja keinerlei Beweise hatte, kein Zeugen, dass das Verfahren sehr wahrscheinlich eingestellt wird. Aber es ist ja so, erstmal kriegt derjenige Post und muss sich dann zum Sachverhalt äußern und das kann ja schon dazu beitragen, dass er mal sich Gedanken, dass er mal Gedanken dazu macht, zu der Sache, die er da fabriziert hat. Ja gut, aber ich glaube, damit will ich die Sache, na, sehr schön, super reagiert der Blaue hier. Er hätte natürlich sein Ärmchen mal heben können, zum Bedanken, aber okay, vielleicht hat er ja einen gelähmten Arm. Äh, ja, ich, äh, denke mal, ja, Freitag kommt wieder was vom LKW. Mal schauen, wo wir so hinfahren müssen. Und was so morgen ist, weiß ich noch nicht. Alles andere privat, ist ja mehr so spontan. Ich wünsche denjenigen, die ihn haben, morgen einen schönen Feiertag. Ansonsten wie immer, bleibt gesund und macht schön gut.